Berliner, Jörn. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich auch Berlinerin bin. Ich habe natürlich gedacht, die Rasse darf nicht aussterben und habe für Nachwuchs gesorgt. Und mein Jüngster, der kommt nach mir. Der ist genauso unauffällig und bescheiden wie ich. Und von dem erzähle ich Ihnen jetzt was. Als er noch in den Kindergarten ging, kommt er mal nach Hause, hat lauter blaue Flecke. Da, Joachim, wie siehst du denn aus? Was ist denn bloß wieder passiert, Junge? Habt ihr euch etwa geprügelt im Kindergarten? Die Ulrike hat angefangen. Die hat mir heute Mittag mit einem Löffel auf dem Kopf ja unten. So, sag ich. Was hast du gemacht? Ja, ich hab den Keller hier noch wie auf den Dez geklopft, aber mit Nudelsuppe drauf. Ich war froh, als der zur Schule kam. Als er den ersten Schultag aus der Schule kommt, frage ich ihn natürlich, na, wie war es denn nun in der Schule? Ach, ganz gut besucht. Aber nicht ausverkauft. Aber du sagst doch auch immer, die Premiere, die ist nicht maßgebend. Du Mutti, neben mir am Parketta sitzt ein dufter Junge. Und hinter mir im Sperrsitz auch. Aber vorne an der Kasse der Alte, der gefällt mir ja nicht. Umso mehr liebte er seine Lehrerin. Und es ging so weit, dass er sie dauernd duzte. Nach einem halben Jahr war ihr das natürlich doch schon zu viel. Und da sagte sie dann, also pass auf. Bis morgen schreibst du eine ganze Seite voll mit dem Wörtchen Sie. Großes S, ein kleines I und ein E. Machst du. Am nächsten Tag kommt er, überreicht die Strafarbeit. Sie guckt rein und sagt, ja, was ist denn los, Joachim? Du hast ja drei Seiten voll geschrieben. Warum denn? Weil du so schön bist. Die Oma wollte ihm mal bei den Schularbeiten helfen. Nee, lass mal, Oma. Unser Lehrer sieht es lieber, wenn wir unsere Fehler selber machen. Ich mache keine Fehler, Joachim. Na, wer weiß auch. Kannst du denn A plus B minus C? Wir können ja was Vernünftiges rechnen. Na, kannst du denn Tabellen? Tabellen? Ha! Na, kannst du denn wenigstens Relationszeichen setzen? Davon habe ich ja noch nie was gehört. Na, siehst du, Oma? Und bis ich dir das alles erklärt habe, du, dann mache ich mal den Mist lieber alleine. Nebenan bei uns war so ein kleiner Rummelplatz. Wissen Sie, so mit einer Würfelbude, einer Luftschaukel, ein Karussell, eine Schießbude. Und das Karussell liebte ich. Da waren Tiere drauf. Schöne Tiere. Das liebste Tier war für mich der Esel. Ach, da habe ich Muttern gequält. Mutti, bitte, bitte, gib mal noch einen Sechser. Ich möchte gerne auf den Esel reiten. Was hat Mutter gesagt, die praktische Berlinerin? Quatsch, nicht so dusselig. Kletter auf Fahrtanruf, das kostet nicht. Kleiner Junge betritt bei meinem Kaufmann den Laden, knallt dem Kaufmann den Zettel auf den Tisch und sagt, mein Vater hat aufgeschrieben. Da sagt der Kaufmann, ich kann nicht so sehen, ich habe die Brille nicht auf, nur lies mal vor. Ein bisschen schnell, mein Junge. Na, warte, dann kannst du nicht lesen. Wie alt bist du denn? Achte! Na, kannst du doch lesen. Fang mal an. Aber wenn Sie wollen. Ein Brot, zwei Pfund Zucker, ein Paket Makaroni und wenn der Kaufmann sich umdreht, klauste sechs Eier. Was wieder? Wo gehst du denn hin? Ich geh ins Theater. Im Theater? Was spielen Sie denn da? Ach, der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Ach so, das ist ein Märchen. Was für kleine Mädchens. Ach so, das seht man ja nicht mehr an. Ich seh mal lieber einen duften Krimi an, wo sie sich ordentlich verkloppen. Oder einen Kino, einen Indianerfilm, die Sehne der großen Bären. Oder China-Kohl, die große Schlange. Das ist ne Worte. Oder abends musste mal kicken in Fernsehen. Polizeiruf 110. Also, ich war da so. Mindestens. Also, mindestens. Sechs Tote. Du, das fetzt. Hab da überhaupt Fernsehen? Ja. Aber ich starb bloß immer Professor Flimmrich, Pittiplatsch, Schnatterinchen und Sandmännchen. Ach, da muss ich immer schlafen gehen. Du bist ein Mädchen. Ich bin jung, weißt du? Ich kann natürlich aufbleiben, so lange wie ich will. Bis achte oder halb neune. Aber neulich doch, neulich, da bin ich bis halb zwölf aufgeblieben. Da haben wir auch Fernsehen. Aber mein Papa hat mich hingekriegt. Der hat Skate gespielt. Und meine Mutti, die war eingeschlafen aufs Sofa. Ah, hallo. Da hab ich was gesehen noch. Wisst du, was ich gesehen habe? Was man vor der Ehe wissen muss. Und daher hab ich meinen Papa gefragt, ob er das auch alles vorher gewusst hat. Mann, da hat er mein Ding gekleistert. Aber dann hat er gesagt, er schreibt an Fernsehfunk, dass sie sowas nicht zu senden haben, wenn die Kinder noch nicht im Bett sind. Applaus 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 Tja, ich heiße wirklich Hengst. Naja, mir selbst ist es sehr peinlich, aber ich kann hieran nichts machen. Mein Vater war ja auch einer. Zu meinen Lieblingspuppen. Sie kennen sie alle, kommen aus Dresden. Gustav und Erich. Wo bloß, mein Freund, Gustav, heute wieder bleibt. Mein Erich. Und Gustav, sag immer, wo willst denn du hin? Ich will den mal an der Ostsee fahren. Mein Erich. An der Ostsee mit der Ferste wohl drei Wochen. Naja. Ich sag immer, kriegst du denn da kein Heimweh? Naja. Mein Erich. Ich hab doch ein schönes Mittel gehe ich heimweh. Ein Mittel vom Arzt? Naja. Ein Bild wegen meiner Schwiegermütter. Naja. Mein Freund Gustav, der Ferste wohl mit der Eisenbahn an der Ostsee. Naja. Ich war mit meinen Wartburg. Naja. Mit Radio und Schiebedach. Mit Radio? Naja. Naja. Na, eh Radio seh ich ja noch ein, aber warum denn eh Schiebedach? Naja. Mein Erich. Wenn die dann nachts um 12. noch fährst, noch kommt im Radio den Nationalhymne und der müsste doch öff stehen. Natürlich liegen auch noch zwei alte verstaubte Puppen rum, kennen sie alle wie folgt. Mein lieber Hans, hast du schon gehört? In Waltershausen hat der Konsum die Kirsche gekauft. Na, na, mach dich mal nachschauen. Ja, aber wieso Politikum so? Mein lieber Hans, damit sie läuten können, wenn Klopapier einträgt. Ja, aber jetzt wollen wir uns zwei ganz bekannte, echte Puppen anschauen, zwei bekannte Marionetten. Sie kennen sie alle aus so mancher Fernsehunterhaltungssendung. Oje, Papi, du hast ja eine große, moderne, sechshäckige Sonnenbrille auf. Siehst du da hübsche Mädchen? Na, 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 noch nicht. Drogen hinter den Ohren. Aber den Beibel am Bar suchen, das kann ja schon. Ich seh keine hübschen Mädchen, einen Hornochsen, seh ich. Oje, hast du in der Brille Spiegelgläser? So, aber nun möchte ich mich von den Tag abschieben. Mit zwei Fernsehlieblingen des Sonntagabends, Herren Fuchs und Frau Elster. Na, da kam doch neulich Frau Elster singen durch den Märchenwald. Hallo, Herr Fuchs, wo sind Sie? Ja, die hat mir gerade noch gefehlt. Na, Elsterchen, Sie kommen ja zu später Stunde. Ach, natürlich. Ich möchte auch den Hutschnabel sprechen. He, 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 dass ich nicht lache, Kreuzspinne und Kreuzschnabe. Der kleine Storch Rotschnabe spricht ja gar nicht mehr mit Ihnen, weil Sie die Pille nehmen. Applaus Mein Name, meine Herren, ich habe eine Radio-Fernsehen. Also, Meterwelle, Langwelle und Kurzwelle. Aufmen, gehören Sie bitte. Meterwelle, ja. Der kleine Stade. Hier geht es um, der kleine Stade, die neue Stade, die hier. Hier ist die Stade, hier ist die Stade, wo ist sie? Und jetzt, bitte Stadion, bitte Stadion. Also meine Damen und Herren, heute spielen die DDR und die Italien. Hier ist die große Weißer, die Macaroni, Macaroni, Spaghetti, Spaghetti, Macaroni und jetzt die Dücke, 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 äh, Vogel, Vogel, Schiss ist geil. Liebe Frau, heute scheint die Zona. Wenn das freut, dann die beste Qualität des Freunden ist die Qualität der realen Zigaretten. Die beste Qualität des Freunden ist die Qualität des Freunden ist die Qualität des Freunden. Die beste Qualität des Freunden ist die Qualität des Freunden. Dufte oder mies? fragte Eva schon den Adam einst im Paradies. Hoffentlich gibt's Sonne und ein bisschen Wind, damit unsere Feigenblätter abends trocken sind. Auch bei den Germanen rief der Gernot aus. Freja, wie wird's Wetter? Guck mal aus der Höhle raus. Morgen geht's zum Jagen. Was wird eingepackt? Nehm ich nun das Bärenfell mit oder geh ich nackt? Doch der Mensch wurde schlauer, an Erfahrung reich, schaute, merkte, fühlte und notierte es sich gleich. Dazu kam die Umwelt, wie sie reagiert. So entstand die Bauernregel, heut noch oft zitiert. Bald kommt ein Hoch zu uns oder ein Tief. Ob es aber übern Südatlantik kommt oder ob es übern Nordatlantik kommt, ein Schild für mich fest, nur das, es kommt, ich merk's am Mief. Ein Schild für mich fest, nur das, es kommt, ich merk's am Mief. Es stinkt infernalisch, so schreien schon die Kinder, es wird anderes Wetter. Das merkbare Blätter. Seit hundert Jahren gibt's nun einen Kalender. Fragt mal den Opa, den Kalender, den kennt er. Ich merk's am Ich, also Römer und Reisen, es wird anderes Wetter, das ist noch zum Beweisen. Nein, morgen wird's schön sein, die Mücken, die spielen, das kann ganz genau ich am Hühner auch kühlen. Hält der Oktober die Blätter sehr lange, dann ist mit dem Winter was Kaltes im Gange. Frag ich die Schleuse, der Mensch, warum stinkst du? Da riecht sie zurück, es scheint Sonne zu fixen. Was Bauernregel nicht geschafft, bereicherte die Wissenschaft. Fünf Minuten vor halb acht, wird dir im Fernsehen das klar gemacht. Ob nun die Sonne weint oder der Regen lacht, das wird dir in fünf Minuten dann leicht verständlich kurz beigebracht. Das Hoch, das es war, erhält's Wetter klar, es hat an die tausend zehn Millibar. Doch wartet bereits ein Tief in der Schweiz, und das vernebelt die Luft andererseits. Von Norwegen kommt ein Außerverbund, und dadurch wird kalte Luft reingepumpt. Doch wird wohl wahrscheinlich morgen noch sein, im ganzen Gebiet Sonnenschein. Das Fernsehen sagt, der Mensch ist da. Es gibt Sonnenschein, oh oh oh, Doktor Hummel sagt's, oh oh oh, es wird wieder schön. Oh oh oh, zum Spazieren geht. Oh oh oh, wir früh aus dem Wetter raus, und gucken zum Fenster raus, da war es aus Winde wehen. Windschiff, oh oh oh, schäme. Nein! Und nun, meine Damen und Herren, sehen Sie den Wetterbericht mit Dr. Kühne. Das wird wieder ne kühne Behauptung werden. Komm, komm, Herr Hoff, ihr könnt mir viel erzählen, ich bin auch satt von heute früh. Was hast du davon, wenn du jetzt so schimpfst und bist gleich entsetzt, wenn die Fernsehleute mal falsch profil sein? Das Wetter heute, nein, uns betrübt das gar nicht mehr. Denn ob der Sonne kommt oder ob Schnee bald fällt, das haben wir auf unsere Art in den letzten Jahren schnell festgestellt. Oh, ihr seid klug und weise, und ich erinnere mich, es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Bei uns gibt's auch keins, mein Freund, drum bleib'n wir hier. Kein Thermometer brauch ich mehr in der Tat. Ich weiß gedacht, wenn's nichts zu trinken gibt, sind 30 Grad. Doch wenn's Badesachen gibt, die im Sommer sehr beliebt, ahnen schon die kleinen Kinder. Dann ist, weil's der Handel will, nicht der Vorsaison-April. Nee, dann wird es erst mal Winter. Aber kommen plötzlich warme Sachen in die Läden rein, fühlen wir Meteorologen sofort. Und es muss Sonne sein. Sohle, Sohle, Sohle heißt die liebe Sonne. Kohle, Kohle, Kohle brauch ich noch ne Tonne. Und weil ich die Tonne eben nicht bekomme. Und weil ich die Tonne eben nicht bekomme. Und auch der Moment, da ist sogar bei uns gut. Kohle, 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 Sohle, 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 Sohle. Noch für Verliebte, die ihr gerne bissel küsst. Wichtig ist nur, wenn es stürmisch, dass die Bude sturmfrei ist. Dass die Liebe sonnig ist. Denn ob es so oder so oder anders kommt, was ist gut, an dem Wetter oder schlecht? Es kommt sowieso nie so, wie man es gerne möchte. Einer wünscht sich partout, dass der Regen kommt. Und dem anderen wär Sonnenschein grad recht. Leider kommt es doch nie so, wie man es gerne möchte. Ob es stürmt oder schneit, ob es kalt oder heiß, ob es leert, ob es taucht, ob es blau, jeder weiß. Es kommt sowieso nie so, wie man es gerne möchte. Meine lieben Gäste, Frauen auf der Bühne, vor mir eine Frau, wieder eine Frau und ich als Mann dazwischen. Globen Sie, dass man da Hemmungen hat. Da kriegt man richtige Hemmungen. Denn Frauen, meine Männer, sind doch das Schönste, was wir auf der Welt haben. Habe ich recht, meine Herren? Oh, 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 das war nichts. Ich sage dieselbe Frage nochmal. Ich sage, das Schönste, was wir Männer auf der Welt haben, sind unsere Frauen. Habe ich recht? Und dann mache ich so. Und dann höre ich von Ihnen allen, liebe Männer, ein kräftiges Jawohl! Männer! Komm an! Das Schönste, was wir Männer auf dieser Welt haben, sind unsere Frauen. Habe ich recht, meine Herren? Ja! Sie merken, in der Republik klappt es, wenn es richtig organisiert wird. Was singen die Frauen? Sie stehen ihr Radio an. Stellen Sie es doch an. Mir wird besungen, die Frau. Eine Frau wird es schön durch die Liebe. Frauen sind so schön, wenn sie lieben. Was singen wir denn von den Männern? Ein Männlein steht im Walde. August, wo sind deine Haare? Oder nehmen Sie die Blumen. Was blühen uns für weibliche Blumen? Die Rose, die Melke, die Hörpimpe. Was haben wir für männliches Gewächs? Der Kaktus. Der Löwenzahn. Der Sauerampfer. So eine kleine, gamme Blume blüht für uns Männer. Männer treu. Und der steht darunter. Naturschutz. Nein, meine lieben Freunde, wir Frauen, meine verehrten Sie, Sie sind der Mittelpunkt unseres Lebens. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sind Sie mal schon allein ein junger Ehemann, bevor er verheiratet ist oder wenn er dann verheiratet ist? Was hat er für entzückende Tiernamen für sein Frauchen? Mein Mäuschen, mein Vögelchen, mein Spätzchen, mein Kötzchen. Wenn Sie dann länger verheiratet sind, werden die Tiere immer größer. Das ist eine Tatsache. Was sind denn Frauen, meine Damen, wenn Sie untereinander machen? Manchmal reden so die Ehefrauen, die da schon mehrere Jahre miteinander verheiratet sind. Wenn Frauen sich dann treffen, der sagt, die eine, mein Erder, der wird jetzt immer fetter. Der hat jetzt schon eine Wambe, sagt die eine. Die andere Frau sagt, mein Erder, der hat bald eine Glatze. Bei dem fallen die Haare immer mehr aus. Die eine andere sagt, mein Erder, der wird immer mieder, der ist faul. Nicht? So ist das, so redet man über uns Männer. Meine verehrten Damen, das würden wir nie machen. Meine Frau, wir haben gesagt nie von einem Mann, ein Mann wird fett, wird dick. Ein Mann sagt, man sagt in dem Moment, mein Mann hat ein Feinkostgewölbe. Das klingt doch ganz anders, seien wir mal ehrlich, nicht? Außerdem ist es doch viel schöner, wenn eine Frau sagt, wo ist denn mein Dickerchen? Als wie wenn sie sagt, wo steht mein dürres Gerübe. Ein Mann muss ein bisschen etwas darstellen, das ist Tatsache. Ich habe einen Bekannten, der ist so dürr. Wissen Sie, der gehört gar nicht in unsere Republik. Der ist zu faul zum Fressen. Glauben Sie mir das? Der ist so dürr, also den könntest du als Hundehütte einsetzen. An jeder Ecke ein Knochen. Glauben Sie mir das, nicht? Den haben Sie im Sommer an der Ostsees Bahn verboten, weil er mit seinen Kniescheinen die Flundern durchgestorben hat. Ganz schlimm, nicht? Dieser Dürre geht neulich durch die Straße. Auf einmal plötzlich ein Schikoli, eine bildschöne Frau, hält an und sagt zu dem Dürren, kommst du, steigen Sie ein. Der Dürre, nun gleich mit drin, gar nicht gefragt, wohin und warum. Gleich eingestiegen, der war ja froh, dass er gefahren wurde. Die schöne Dame fährt nach Hause, wunderschönes Haus, stellt ihr Auto ab, sagt sie, kommen Sie, mein Herr, kommen Sie mit rein. Nimmt der Herr mit in den Korridor. Sagt sie, sehen Sie, sagt die bildschöne Dame, jetzt gehen Sie die Tröppe dort oben rauf. Dort ist mein Schlafzimmer und da ziehst du dich schon aus, Liebling, hm? Können Sie sich das vorstellen, nun der Dürre, die Tröppe rauf. Wissen Sie, war so dürr, wie der rauf ging, führten Sie die Gallensteine klappern. Nun stand der Dürre, der Dürre da oben im Schlafzimmer, nur aufgeregt, wisst ihr, nun die schöne Dame immer vor Augen. Und die musste ja jeden Moment kommen, dann hat er die Jacke ausgezogen und das Hemd und dann hat er die langen Kameraden angehabt. An meinen langen Unterhosen, wie sieht er denn aus? Wie ein bandagierter Kaktus, seien wir mal ehrlich. Dann hat er die langen Kameraden angehabt, dann hat er auch, wie er gerade dabei war und so zitternd da stand. Auf einmal hörte nebenan ein Geräusch, will sich gerade ins Bett werfen, in dem Moment geht die Tür auf. Die bildschöne Frau erscheint in der rechten Hand ein kleines Junge, in der linken Hand ein kleines Mädchen. Sagt sie, seht ihr, liebe Kinderchen, so werdet ihr eines Tages aussehen, wenn ihr euren Spinat nicht äscht. So mancher künstliche Trabant umkreist die Erde unbemannt. So ist das eben leider heute, keine Leute, keine Leute. Will ein Hund dich an der Kehle fassen, musst du ihn Kartoffeln schälen lassen. Denn du weißt doch, wie der Volksmund spricht. Hunde, die pellen, beißen nicht. Oder Man konnte früher zwischen Föhren und Kiefern Hirsche Röhren hören. Doch Röhrentechnik ging verloren, längst haben Hirsche Transistoren. Es müsste Wartburgs und Chicolis genauso wie Marmelade und Grieß in jeder Konsumverkaufsstelle geben. Junge, dann könnte man Magen kleben. Warum, so fragt man sich in allen Staaten, sind Frauen oft die besseren Diplomaten? Weil sie bei den verwegensten Entschlüssen nie auf die Gattin Rücksicht nehmen müssen. Oder vielleicht mal sowas. Ich möchte einen Berufsstand retten. Oder zumindest möchte ich einem Berufsstand beistehen. Einem unglücklichen Berufsstand. Erst das Epigramm. Ein guter Mensch fragt einen Meteor. Ologen nie. Wie wird das Wetter Moor? Gen, nein. Er fragt versöhnlicher und netter. Was hatten wir denn gestern so für Wetter? Sehen Sie, da drückt sich meine ganze humanistische Gesinnung aus. Wenn ich so abends diese Menschen sehe, diese unglücklichen, das sind doch Leute wie du und ich, die haben mal studiert, die hatten Ideale, nicht? Die nahmen Kurs auf die Wetterkunde. Und nun sind sie ihr Leben lang enttäuscht worden vom Wetter. Wenn sie die abends so sehen am Bildschirm, diese verdrossenen Gesichter, so zur Furcht. Weil die sich natürlich sagen, wenn sie am Bildschirm stehen, die Leute zu Hause, die glauben uns wieder nicht. Das macht die ganz unglücklich. Und dann gehen sie deprimiert nach Hause und dann liegt da schon mein Telegramm. Da steht dann drin, ihr Wetter hat mir wieder sehr gut gefallen. Und da sind die ganz glücklich, die haben die noch Volkserlebnis. Das sollten sie auch mal machen. Ja, und wenn der Hering zwischen Binz und Skagen reden könnte, dann würde er sagen, Irrtum Gabriele, ich bin die Makrele. Und zuletzt noch ein Epigramm, zu dem ich einige Anmerkungen machen muss. Es ist vielleicht mein Wichtigstes, weil ich hier ein Programm ausdrücke. Es geht so. Der Kurzstreckenläufer Paul Krieger war immer der Letzte im Ziel. Doch galt er moralisch als Sieger. Er lief einen blendenden Stil. Hier drückt sich etwas aus, was ich also vom DTSB schon seit Jahren fordere. Nämlich der Wunsch nach einem differenzierten Sieger. Nicht einfach den einfach nehmen, ja, der so als erster im Ziel ist. Sondern man muss ja auch beachten, was ist denn das sonst für ein Mensch, ja? Ja, also es ist doch, wir fordern doch den allseitig gebildeten Menschen, der also im Leben steht und auf vielen Gebieten gut ist. Da könnte es doch passieren, wenn wir so verfahren, wie wir bisher verfahren haben, dass der Erste, der zufällig mit Brustbreite vorn liegt, vielleicht ein Arbeitsbummeland ist, ja? Den können wir doch nicht zum Sieger machen. Vielleicht ist der, der 15 Meter weiter hinten liegt, ein viel wertvollerer Mensch. Nicht, der besucht vielleicht die Abendschule, ist fleißig. Nicht? Das müsste doch eine Rolle spielen. Und nicht nur im sportlichen Bereich, sondern in der ganzen Gesellschaft könnte meine Methode dazu dienen, den wirklichen und würdigsten Sieger zu ermitteln, auch auf Betriebsebene. Mir sagte eine BGL-Vorsitzende in Neubrandenburg, sie hatte mich genau verstanden, Herr Stengel, Ihre Methode ist wunderbar. Schade, dass sie noch nicht eingeführt ist. Dann stünden wir als Betrieb besser da. Wir haben im vorigen Jahr unseren Plan leider nicht erfüllt, aber unser Werkdirektor hat eine gute Figur gemacht. Ich möchte jetzt, meine Damen und Herren, mein Versprechen von vorhin einlösen. Was ist denn los hier? Noch ein paar Sekunden, ist es noch nicht fertig. In der Garderobe? Reißverschluss, oder? Ach so, da muss ich mal schauen, nicht wahr? Ja. Wissen Sie was? Bleiben Sie mal hier ganz ruhig hierbleiben und erzählen Sie mal unseren Gästen ein paar Augenblicke. Nur ganz kurz ein paar Sekunden. Ja, 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 ja. Erzählen. Ein bisschen überprüft, überprüft, machen wir das mal. Ein paar Sekunden etwas erzählen, ja? Ja. Ja, ja, kurz umbindig. Meine Damen und Herren, auf allgemeinen Wunsch hier unseres Ansagers möchte ich Ihnen also ganz kurz etwas erzählen. Ganz kurz nur ein paar Sekunden. Ja, ich könnte Ihnen etwas über einen interessanten Versuch erzählen, den ich neulich mit einem Goldfisch und mit einem Kanarienvogel gemacht habe. Ich sage es Ihnen nur ganz kurz, damit ich nicht lange herumrede. Ich habe nur ein paar Sekunden Zeit dazu. Also kurz gesagt, ich hatte zu Hause so ein Aquarium und, oder wenn Sie nicht erzählen, von Anfang an, ich bin aus der CSSR, wohne da in Leitmeritz, Basta Gasse 28. Und wir haben da nämlich in Leitmeritz verschiedene Gassen, wissen Sie, und jede Gasse hat einen Namen. Und die Gasse, in der ich wohne, die heißt Basta Gasse, Basta Gasse 28. Und die Häuser, die sind da nämlich nummeriert, wissen Sie, Ihres Haus hat eine Nummer. Das ist deshalb, damit man, wenn man eine Adresse sucht, die dann nach den Nummern leichter finden kann. Und das Haus eben, in dem ich wohne, hat die Nummer 28. Und ich wohne da im zweiten Stock. Und es kommt also erster Stock. Über den ersten Stock ist dann der zweite Stock, in dem ich wohne. Und ich sage es nur ganz kurz, damit ich lange herumrede. Ich habe nur ein paar Sekunden Zeit dazu. Und da gehen Stufen nach oben. Also die gehen nicht selbst die Stufen eigentlich. Wir müssen über die Stufen gehen, nicht wahr? Das sagt man nur so bei uns, dass die Stufen gehen. Und da haben wir dann so ein Vorzimmer oben. Und da haben wir auch eine Tür so in das Vorzimmer. Und so nach links haben wir dann ein Herrenzimmer. Und in diesem Herrenzimmer, also Herrenzimmer, das heißt zwar Herrenzimmer, nicht wahr? Das ist nicht nur für Herren zugegeben. Da können auch Damen rein und so. Das sagt man nur so, Herrenzimmer. Das ist nicht wie bei den Toiletten, nicht wahr? Das zu den Herren nur Herren rein dürfen. Und zu den Damen, Damen, das sagt man nur so, Herrenzimmer sagt man. Und in diesem Herrenzimmer hatte ich am Tisch so ein Aquarium stehen. Ungefähr so großes Aquarium hatte ich da. Und in diesem Aquarium, nee, warten Sie mal, so groß war das ungefähr. So großes Aquarium. Und in diesem, nee, warten Sie mal, doch nur so groß konnte es schon sein. So großes Aquarium war das. Und zwar viereckig war das. Vier Seiten hatte das. So zwei längere und zwei kürzere Seiten. Die längeren Seiten waren etwas länger als die kürzeren. Und die waren alle aus Glas. Und zwar aus durchsichtigen Glas waren die. So dass man von allen Seiten herrlich hereinsehen konnte. Dass man nicht so von oben reinglotzen brauchte. Von allen Seiten war herrlich hereinzusehen. Und in diesem Aquarium hatte ich Wasser. Und, ja, das habe ich noch vergessen. Und unten war noch ein Boden drin, der das Wasser in dem Aquarium gehalten hat. Nicht wahr? Weil wenn da der Boden nicht wäre und Sie würden oben Wasser reinschicken, würde das unten alles wieder rauslaufen. Nicht wahr? Das würde nicht drin halten, das Wasser. Da könnten Sie stundenlang Wasser reinschicken, das würde nicht drin halten. Und dann, ach was, Stunden, Tage, Langelang, kennen Sie da, das würde nie drin halten. Oder Jahre, Jahre, das würde nie drin halten. Wie gesagt, da war der Boden, damit das Wasser drin hält. Und in diesem Wasser hatte ich einen Goldfisch. Und, naja, also Goldfisch, echtes Gold war das natürlich nicht. Das sagt man nur so, Goldfisch sagt man. Das war nur Dublé oder was. Also, wie gesagt, das sagt man nur so Goldfisch. Na, und der Goldfisch, der schwamm da in dem Wasser verschiedenartig herum. Und ich war zum Beispiel nach links oder so, ganz verschieden. Und, oder nach rechts auch, nicht wahr, so wie es ihm eingefallen ist. Und, oder nach unten auch, ja, wie gesagt, ganz verschieden. Und dann hatte ich noch, ja, oder nach oben auch, ganz verschieden. Und der hatte da Flöhe auch. Also Wasserflöhe selbstverständlich. Weil normale Flöhe hat ja keinen Goldfisch. Kann sich ja nicht kratzen, nicht wahr, und so. Also, wie gesagt, das war nur Wasserflöhe. Und dann hatte ich noch einen Kanarienvogel. Aber den hatte ich wieder nicht in einem Aquarium, sondern den hatte ich in so einem Käfig. In so einem Vogelkäfig. Sie kennen noch Vogelkäfig, nicht wahr? Na, so Vogelkäfig, das ist dasselbe wie ein Aquarium. Nur wieder etwas ganz anderes. Wissen Sie? Da sind die Wände nicht aus Glas, wie beim Aquarium, sondern aus Draht. Da ist immer so ein Draht, und dann ist eine Weile nichts, und dann ist wieder ein Draht, und wieder nichts. Lauter solche Drähte und Lücken, und das geht so rum und um den Käfig, und das ist dann zusammen der Käfig. Und in diesem Käfig, da war kein Wasser drin, natürlich, die war, weil das würde gar nicht drin halten in dem Käfig. Das würde neben dem Draht immer rauslaufen, nicht wahr? Also, wie gesagt, da war nur Luft drin, so Zugluft war drin. Also, ich weiß nicht genau, wie der Zugluft, ich war nie drin in dem Käfig. Ich nehm's an, weil von allen Seiten Luft rein konnte, nicht wahr? Und da war so eine Sitzstange, und der saß da immer so an der Sitzstange und piepste so dabei. Also nicht der Goldfisch, sondern der Kanarienvogel. Weil Goldfische, die piepsten ja nur selten, nicht wahr? Und ich hab das so beobachtet, den Goldfisch und den Kanarienvogel, und da ist mir mal so eingefallen, ob das nicht möglich wäre, durch eine Kreuzung zwischen dem Goldfisch und dem Kanarienvogel, eine Art fliegenden Fisch heranzuzüchten. Da hab ich das versucht, aber Sie würden nicht glauben, was mir da für Schwierigkeiten dabei entstanden sind. Wenn ich zum Beispiel den Goldfisch, also den Kanarienvogel, zu dem Goldfisch geben wollte, ging das nicht. Der konnte da das Wasser nicht ertragen. Und wenn ich wieder den Goldfisch zu dem Kanarienvogel geben wollte, ging das auch nicht. Der konnte sich wieder an der Sitzstange nicht erhalten, es ist immer wieder runtergefallen. Also kurze Schwierigkeiten, die ich Ihnen da gar nicht alle erzählen kann. Ich hab nicht so viel Zeit dazu, ich hab nur ein paar Sekunden Zeit. Aber falls Sie jemanden daran interessiert werden, besuchen Sie mich mal. Ich erzähl's Ihnen dann unter vier Augen, da haben wir mehr Zeit dazu. Meine neue Adresse ist jetzt Felix Holzmann, Prag 10, Heileinstalt für geistesgestörte Zimmer 77. Ach, Schnitzel. Sogar noch warm. Ach, guten Tag, Herr Flinterel. Ah, guten Tag, Herr Reißing. Was machen Sie denn hier auf der Bank? Aber ich kann nur einen kleinen Imbiss nehmen. Wollen Sie sich eine Weile zu mir setzen? Meinen Sie hier auf die Bank? Wohin denn sonst? Naja, weil es die Bank nicht sehr kalt ist. Ach, wo denn? Nicht? Da setze ich mich eine Weile zu ihm. Ja, ja. Naja. Sind Sie verkühlt? Ja, ja, ich bin etwas durchzugluftet worden, wissen Sie? So von unten. Und da brauchte ich mich eher auf etwas Warmes zu setzen. Ja, das kann ich verstehen. Naja. Eigentlich, wissen Sie, dass diese Bank ganz schön warm ist? Ja. Ich würde fast sagen, die Strahlung trägt Wärme aus. Naja. Wie ist denn das möglich? Das weiß ich nicht. Naja. Was suchen Sie denn? Aber ich schaue nur, wie ich meinen Schnitzel hingelegt habe. Ah. Sie hatten hier irgendwo einen Schnitzel gehabt? Ja, ich habe es hier irgendwo hingelegt. Ah. Hier irgendwo auf die Bank? Ja, hier auf die Bank. Ah. Sagen Sie mal, war das Schnitzel nicht zufällig noch warm? Ja, es war noch ganz schön warm. Ja. Da haben Sie es nicht zufällig hier irgendwo auf die Seite gelegt, wo ich sitze? Das ist möglich. Und warum fragen Sie? Nein, mir ist nur so eingefallen, ob nicht zufällig die Wärme, die ich hier aus der Bank fühle, nicht irgendwie mit dem Schnitzel zusammenhängt. Wissen Sie, ja? Ja. Ja. Das ist möglich. Ja, ja. Und wärmen Sie das sehr? Ja. Ziemlich, ja. Ja. So als ob ich auf etwas Warmen sitzen würde. Naja. Das ist es auch möglich, dass Sie direkt auf meinen Schnitzel sitzen. Naja. Naja. Ich hab was mir auch gedacht. Naja. Das ist mir eben auch komisch. Naja. Denn woher sonst könnte aus der Bank so Wärme herkommen? Naja. Naja. Das ist mir eben auch komisch. Naja. Wissen Sie, was wohl das Beste sein wird? Ja. Naja. Ich stell mich mal hin und wir schauen mal nach. Das ist ein guter Einfall. Naja. Wenn Sie sehen, wir hatten recht. Fassen Sie auch. Naja. Ah, da ist er. Sehen Sie, was hab ich gesagt. Naja. Naja. Lassen Sie es sich schmecken. Naja. Danke, ich werde es jetzt nicht mehr essen. Nicht? Nein. Sie haben Schnitzel nicht gern? Ich hab jetzt drauf keinen Appetit. Naja. Wollen Sie es nicht haben? Naja, also ich hab jetzt auch gerade keinen Appetit drauf. Naja. Warum denn nicht? Aber wissen Sie, das ist eigenartig bei mir. Immer wenn ich mich auf irgendeine Speise draufsetze, dann hab ich dann immer keinen Appetit mehr drauf. Das werden wir damit nur machen. Naja. Haben Sie nicht zufällig einen Hund zu Hause? Hund? Ne, hab ich nicht. Naja. Aber wenn Sie gestatten, dann nehm ich meine Frau nach Hause. Naja. Dann haben Sie hier zufällig noch Kuchen mit. Aha. Naja. Können Sie auch nicht nehmen? Naja. Kuchen, ja? Ja. Ja. Ah, ich hab hier schon nur ein einziges Stück. Das ist sicher, das langt man. Danke schön. Naja. Das langt man schon. Schaut gut aus. Naja. 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 Ist gut, ja? So eine Art Milchspeise, nicht? Naja. So eine Apfelrolade. Naja. Schmeckt gut, ja. Wie sagt, wie heißt das Ding? Apfelrolade. Aha. Können Sie das nicht? Doch, hab ich auch mal schon gegessen. Ja, ja. Ist gut. Ja, ja. Darum hätte er mich gewundert. Naja, ja. So eine Art Kuchen oder so. Hä? Ich sag Ihnen doch, Apfelrolade. Apfelrolade. Schmeckt gut. Ja, ja. Ist Obst drin nicht, oder was? Seine Apfelrolade ist ... Naja, ist meistens mit Obst. Ja, ja. Sind Birnen drin nicht, oder was? Ach, Morten. Äpfeln sind drin. Ach, Äpfel. Ach so, ja. Ja. Schmeckt gut, ja, ja. Ja, ja. Ich würde sagen, es schmeckt fast wie ein Strudel. Naja, das ist aber auch Strudel. Ja, ich dachte, Sie sagten, es ist eine Apfelrolade. Naja. Das ist dasselbe, Strudel-Apfelrolade. Ja, es ist dasselbe, ja, ja. Aber das schmeckt auch ganz gut. Ja, ja. Wissen Sie, was ich auch gern esse? Nee. Ich esse gern Äpfel im Schlafrock. Ja. Äpfel im Schlafrock? Ja. Es ist fuchtbar gern. Ja. Sie essen gerne Äpfel im Schlafrock? Ja. Ja. Und Sie nicht? Naja, also ich esse Äpfel auch gern, ja. Aber mir ist egal, ob ich einen Schlafrock anhabe oder eine Badehose oder was. Aber nein, Sie verstehen mich nicht. Äpfel im Schlafrock sind eine Mehlspeise. So? Ja. Ich glaube nicht. Schauen Sie mal, Äpfel ist eine Obstsorte. Naja, das schon. Aber Äpfel gebacken im Teig gehören schon zum Mehlspeise. Ja, also im Teig ist das schon möglich, ja. Und wenn Sie Äpfel im Schlafrock backen, müssen Sie ja zunächst in Teig einwickeln. So? Ja. Was hat denn der Teig mit dem Schlafrock zu tun? Das ist dann eben sozusagen der gebackene Schlafrock. So? Ja. Und der Schlafrock wird dann mitgebacken oder wie? Das Äpfel im Schlafrock. So? Ja. Ja, das muss auch komisch schmecken, der Äpfel mit dem Schlafrock oder so. Oh, denn das schmeckt sehr gut. So? Sie meinen der Schlafrock mit den Äpfeln? Die Äpfel im Schlafrock. So? Sie können es doch mal versuchen. Ja, muss ich mal versuchen, ja. Ja. Ich habe zu Hause so einen alten Schlafrock, den kann ich aber nicht machen. Aber ich muss schon langsam gehen, meine Imbisszeit ist schon... Na ja, ich habe es ja auch schon fast aufgegessen. Na ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und wie das gemacht wird, können Sie in einem Kochbuch nachsehen, das ich in der neulichen Burg habe. In Ihrem Kochbuch steht das drin? Ne, also Herr Flintrall, aus Ihrem Kochbuch mache ich nicht mehr. Warum denn nicht? Das ist ein ganz blödes Kochbuch. Stellen Sie sich vor, ich wollte neulich aus Ihrem Kochbuch Nädel machen. Na? Da stand drin, man schneide drei Tage alte Semmeln. Na und? Ich hatte schon die ganze Badewanne voll und da habe ich die Semmeln noch nicht mal einen Tag lang geschnitten. Na ja, Auf Wiedersehen. Ich freue Sie und begrüße mich auf das herzlichste... Ich begrüße mich und freue Sie auf... Na, Abend. Sehen Sie, bei uns hier wird so viel hergestellt, warum soll ich mich nicht auch mal hier herstellen? Zum Abschluss meiner Dienstleistung hinterbringe ich Ihnen heute mal was Klassisches. Das ist immer sehr hübsch. Etwas Klassisches. Heute mal etwas Klassisches. Etwas von früher. Und zwar aus dem bekannten Zyklus, die Sexwelle bei den Neandertalern. Von Otto Kolansch. Von Otto Kolansch. Bringe ich Ihnen als erstes gleich das zweite, nicht? Dann sind wir schneller fertig. Und zwar mit dem Tattel, mit dem Tutel, die mit dem... Entschuldigen Sie, wenn ich mich verspreche, aber ich nehme das zurück. Es werden ja oft Versprechen zurückgenommen. Mit dem Titel, Doppelfüßchen, Gänsepunkt. Frühling. Ich hörte Leitungsrohre knacken und das WC war zugefroren. Was denn los? Seid doch mal ruhig hier. Sie machen das ganze Gedicht zum Minna. Frühling. Ich hörte Leitungsrohre knacken und das WC war zugefroren. Vor Kälte hatte ich blaue Backen und Eisgebilde an die Ohren. Da kam ich ganz von selbst dahinter. Jetzt wird's Winter. Vielen Dank, ich fahre fort. Ich bleibe natürlich hier. Ich dummer Pup. Entschuldigen Sie sich bitte, aber... Ich bin ein bisschen mit den Nerven nervös. Gestern Vormittag schon beim Friseur. Wissen Sie, ich hab Ölwechsel machen lassen. Und man wird so schnell nervös. Fragen Sie mal hier unseren Schlagzeuger. Seine Schwester hat ein Kind bekommen, aber er weiß nicht, ob es Junge oder Mädchen ist. Und nun weiß er nicht, ob er Onkel oder Tante geworden ist. Nein, man wird so schnell nervös, aber ich sage mir immer, Zähne hoch und Kopf zusammengebissen. Quatsch. Zähne. Ich bin ein Schelm, gell. Naja, bitte. Aber wie sagte schon der erste Bus, der nach Amerika fuhr? Der Kolumbus. Zur Markise von Pompatour, als er bei Waterloo die Schweizer Flotte besiegte. Rauche nie im Bett, denn die Asche, die herunterfällt, könnte deine eigene sein. Ja, der Arzt, man soll nicht übertreiben, der Arzt sagt das auch. Ich weiß es nämlich, ich habe erst neulich einen Arzt insultiert. Ich, bitte? Ja, ich war bei einem bekannten Leukoplastiker. Ja, aber der meinte, wegen meines amorösen Konfektes sollte ich mir lieber eine kalte Komtesse auf den Bauch legen. Er hat mich noch abgehört hier mit dem, wie heißt das, mit dem Striptiskop da? Ronchaltelefon, ne? Von wegen hier Casino Pectoris und so, ne? Ich sage, wie ist der mit meiner Lunge? Ach, sagt er, so lange wie Sie leben, hell, das Ding noch, ne? Er sagt, gehen Sie mal zu meiner Krankenschwester. Ach, sag ich, haben Sie nicht eine gesunde? Man soll wirklich öfter zum Arzt gehen, Sie erfahren auch viel Neues. Jetzt weiß ich zum Beispiel auch, warum die Chirurgen Gummihandschuhe tragen, wenn sie keine Fingerabdrücke hinterlassen. Wussten Sie eigentlich, dass der Nabel ein sehr wichtiger Körperteil ist? Der Nabel ist sehr wichtig. Wo sollte man sonst das Salz hin tun, wenn man in der Badewanne mal ein Ei isst, ne? Ja, gnädige Frau, du lachst. Aber, ne, mal ehrlich, von Mensch zu Frau. Man sollte ruhig öfter mal hingehen, nicht? Zu mir hat er gesagt, ich brauche Pflege, ich sollte mit den Hühnern schlafen gehen. Ich habe es versucht, ehrlich, bin dauernd von der Stange gefallen. Ja, da wird man auch nervös. Und dann soll ich Sie mit Unterhaltung unterhalten. Ich soll nicht nur reden, sondern auch was sagen. Obwohl bei manchen ja eine Rede auch eine Sage ist, ne? Sie hätten auch ins Kino gehen können, um sich einen guten Film anzusehen, ne? Oder einen DEFA-Film, ne? Auch die Zeitung ist ja auch sehr wichtig zur Unterhaltung. Eine Zeitung ist durch nichts zu ersetzen, nicht mal durchs Fernsehen. Oder können Sie mit dem Fernsehapparat eine Fliege erschlagen? Aber genau wie Kommentar beim Fernsehen, so ist bei der Zeitung die Bildunterschrift wichtig. Wenn wir ein Bild sehen vom Wald und drunter steht Thüringer Wald, freuen wir uns. Aber es soll ja eine positive Aussage sein. Ich habe da ein Beispiel, auch ein Bild vom Wald. Drunter steht aber, durch die intensive Wachsamkeit unserer Forstorgane gingen die Weihnachtsbaumliebstähle nach dem 26. Dezember rapide zurück. Das ist eine positive Aussage. Ich freue mich auch, dass jetzt die vielen Auszeichnungen in der Zeige stehen. Auch in Wurzeln habe ich es gelesen, die Sexualberatungsstelle wurde als Verkehrssicherheitsaktiv ausgezeichnet. Das ist auch sehr schön, ne? Ich weiß nicht, was gibt es denn noch unterhalten? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Es gibt ja Männer, die möchten gerne mal Striptis sehen oder so. Das finde ich ja Unsinn, nicht? Ich finde es Quatsch, Striptis. Wenn ich Hunger habe, gehe ich doch auch essen und stacher nicht den ganzen Abend den Koch an, nicht? Ja, sehen Sie, das ist alles nicht so leicht. Es gibt oft Missverständnisse, weil die Sprache sich ja wandelt. Vieles wird ja anders geschrieben als gesprochen. Zum Beispiel, der Lenker lenkt, der Denker denkt. Doch niemand sagt, der Sänger singt. Und sagt dann, wer der Sänger singt, dann folgert man, der Henker hinkt, nicht? Oder der Träger trägt, der Schläger schlägt. Doch keiner spricht, der Jäger jägt. Und sagt dann, wer ist der Jäger? Dann meint man gleich, jetzt fragt der Fräger. Ein Beispiel noch soll mir gelingen. Man schreibt zwar Götz von Berlichingen. Doch wenn man es ausspricht, klingt das Barsch. Denn dann sagt man was ganz anderes, nicht? Es gibt welche, die wollen sich vornehmer ausdrücken. Die suchen direkt neue Ausdrücke. Die sagen zum Beispiel nicht Melkerin, sondern Kuhbusen-Massöse. Die sagen auch nicht Saftladen, sondern Youth Shop. Neulich war eine Frau im Laden, die wollte so eine dreieckige Milchtüte haben. Sagt sie, bitte einmal Picasso-Euter. Oder wenn am Bratwurststand viele Menschen stehen, sagt man, da steht eine Schlange. Ist auch nicht richtig, das ist ein sozialistisches Wartekollektiv. Das sind neue Ausdrücke, nicht? Neulich war unser Klavier verstimmt. Ich weiß nicht, worüber. Unser Pianist sagte, Mensch ist das ein scheiß Klavier. Das gehört sich nicht, das heißt Kotflügel. Ich freue mich ja, dass Sie so lachen, so herzhaft. Trotzdem, dass das eine ernste Sendung ist. Aber wir haben manchmal Betriebsveranstaltungen, da sitzt vorne ein Funktionär, der lacht nicht selbst. Der lässt lachen. Bei uns soll es auch kein Missverständnis geben. Deshalb möchte ich jetzt, bevor ich mich abverschiede, bevor ich mich von hinten drolle, Ihnen noch einen optimistischen Vierzeiler mit auf den Weg geben. Die Sonne scheint von oben runter auf unsere Körpergeck und munter. Denn schienen Sie nicht von oben runter auf unsere Körpergeck und munter, dann hätten wir kein Licht, nicht? Das war's. 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 Das war's.